Es geht heute um Schwarzkümmelöl, also der Prophet aus dem Islam quasi. Gesagt hat, dass Schwarzkümmelöl gegen alle Krankheiten hilft, bis auf den Tod. Schwarzkümmelöl fand nicht nur als kostbare Grabbeigabe des ägyptischen Pharao tut Anj Amun Platz. Krass, sogar die Ägypter haben damit schon hantiert. Schwarzkümmelöl hilft bei der Gewichtsabnahme. Der echte Schwarzkümmel, auch Nigella Sativa genannt, ist die Grundlage für das Öl. Kümmel-liddy-man, Alter. Gib mir die Kümmi-Vibes, Bro. Außerdem enthält Schwarzkümmelöl noch Vitamin C, B1, B2, B6, Folsäure, Biotin, Beta-Carotin, also die Vorstufe zu Vitamin A, und Mineralstoffe wie Magnesium, Selen, Zink, Kupfer, Eisen und Natrium. Schwarz-Kümmelöl verbessert die Fruchtbarkeit. Verbessert die Fruchtbarkeit? Die Spermienqualität von Männern signifikant verbessert. Uff, Sperm mit den Männern, Alter. Kann Schwarzkümmelöl nachweislich bei der natürlichen Behandlung von Krebs helfen. Wow. 6, 8, wir sind out of control, Sommernacht, heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Sweet, was ich paff, macht mich wieder zu Stounter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leran Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Und zwar ziehen wir uns jetzt mal wieder ein Video rein über Gesundheit. Es geht heute um Schwarzkümmelöl. Ich habe es in einer der letzten Videos gesagt, dass ich mir Schwarzkümmelkerne bestellt habe, weil ich ein Reel gesehen habe auf Instagram, der, welches gesagt hat, dass Mohammed aus dem Koran, also der Prophet aus dem Islam quasi, gesagt hat, dass Schwarzkümmelöl gegen alle Krankheiten hilft, bis auf den Tod und, äh, beziehungsweise Schwarzkümmelkerne. Und deswegen habe ich mir das bestellt. Heute haben wir ein Video zum Thema. Ich bin sehr gespannt, was da noch für Fakten hinten dran stecken. Ich liebe euch, Freunde. Kümmert euch um eure Gesundheit, um euer Bewusstsein, um euer Herz und um eure Spiritualität. Ich liebe euch alle. Daumen nach oben, da lasst ein Kommentärchen schreiben und es geht los. In diesem Video verrate ich dir 8 unglaubliche Effekte von Schwarzkümmelöl auf deine Gesundheit und worauf es bei einem guten Produkt wirklich ankommt. Wie immer findest du alle wichtigen Links in der Videobeschreibung. Nutrikorn Herzlich Willkommen bei Das ist, glaube ich, das erste Video, was ich mir von ihm reinziehe. Nutrikorn, ich bin John und auf meinem Kanal erfahrt ihr alles rund ums Thema Ernährung und Gesundheit. Wenn du neu bist, gib mir gern dein Feedback und abonniere den Kanal oder lass mir nach dem Video gleich ein Kommentar da. Schaut man sich die zahlreichen wissenschaftlichen und von Experten begutachteten Artikel an, die über die Vorteile von Schwarzkümmelöl veröffentlicht wurden, ist eine Tatsache klar. Es hat großes Potenzial, deinem Körper zu helfen und eine Vielzahl von Gesundheitsproblemen zu überwinden. Kein Wunder, Schwarzkümmelöl gilt bereits seit mehreren tausend Jahren als erfolgreiches Heilmittel, das gegen zahllose Beschwerden eingesetzt wird. Die Heilkraft des Öls, das praktisch keine Nebenwirkungen kennt, ist unglaublich und es erstaunt, dass es in unserer westlichen Welt noch weitestgehend unbekannt ist und die positiven Effekte ein... Wer von euch konsumiert Schwarzkümmel, Kerne, Öl in irgendeiner Form und Weise, eins in den Chat? Oder sagen wir, wer von euch hat davon schon mal gehört, eins in den Chat? Zwei, wer sich noch nie mit Schwarzkümmel oder Schwarzkümmelöl oder Kerne irgendwie auseinandergesetzt hat. Echter Geheimtipps sind. Schwarzkümmelöl fand nicht nur als kostbare Grabbeigabe des ägyptischen Pharao Tut-Anch-Al-Mun Platz... Tut-Anch-Al-Mun, na man? Geil. Krass, sogar die Ägypter haben damit schon hantiert. ...so hat es auch im Islam eine ganz besondere Bedeutung. Denn schon der Prophet Mohammed soll gesagt haben, Schwarzkümmelöl helfe gegen jede Krankheit, außer gegen den Tod. Das ist schon powerful. Das ist krass. Und wenn die Ägypter und der Prophet Mohammed und diese Leute sich damit schon auseinandergesetzt haben, dann muss da meiner Meinung nach irgendwas hinten dran stecken. Und ich sag euch ehrlich, also für mich war Gamechanger Magnesium sprühen auf die Haut und diese Schwarzkümmelkerne, ich hab einen Effekt davon. Ich spür das. Ich spür, wie ich vitaler bin, wie es mir ein bisschen besser geht und vor allen Dingen, wie ich besser regeneriere und das ist schon krass. Reden wir nicht lange um den heißen Brei. Hier kommen 8 unglaubliche Vorteile für deine Gesundheit. Schwarzkümmelöl hilft bei der Gewichtsabnahme. Die Behauptung, Schwarzkümmelöl helfe bei der Gewichtsabnahme ist... Ich glaub halt, Mohammed hat gesagt, dass Schwarzkümmelkerne, ne? Ich weiß jetzt nicht, was der Unterschied ist zwischen Öl und Kerne, aber ich bin dann eher bei Kern, weil ich denk mal, das Öl wird auch aus den Kernen gemacht und ich bin sogar so, ich pack dir mein Smoothie mit rein und kau auch einige von denen richtig, weil ich denke so, ja man call die Dinge, Alter, und dann geht der Laden richtig in dich rein. Das Journal of Diabetes and Metabolic Disorders veröffentlichte eine Studie, in der die Literatur systematisch nach Pflanzen mit Anti-Adipositas-Eigenschaften durchsucht wurde und entdeckte, dass Schwarzkümmelöl zu den wirksamsten Naturheilmitteln der Welt gehört. Auch wenn die exakten Mechanismen noch nicht vollständig verstanden werden, zeigen Untersuchungen, dass das Öl dabei helfen kann, den Body Mass Index bei Menschen mit Fettleibigkeit, metabolischen Syndrom oder Typ 2 Diabetes zu reduzieren. Im Rahmen einer 8-wöchigen Studie mit 90 übergewichtigen Frauen in einem Alter von 25 bis 50 Jahren hielten die Probandinnen eine kalorienarme Diät ein und bekamen entweder ein Placebo oder 1 Gramm Schwarzkümmelöl pro Mahlzeit, also insgesamt 3 Gramm Schwarzkümmelöl pro Tag. Am Ende der Studie hatten die Frauen, die das Öl eingenommen hatten, signifikant mehr an Gewicht und Teilenumfang verloren, als die Teilen aus der Placebogruppe. Dazu ist es wichtig zu erwähnen, dass in keiner der Studien schwerwiegende Nebenwirkungen auftraten. Aber was ist denn nun überhaupt... Da kannst du nichts falsch machen, mein Lieben, Freunde, ja? Und ich bin immer Organik unterwegs, also ich hab mir extra Schwarzkümmelkerne Organik, äh, Samen Organik bestellt, so, ne? Immer gucken, dass es halt auch eine gute Qualität hat. Man kann natürlich nicht hinten dran schauen, ich kann jetzt nicht dahin gehen und gucken, wo die die ernten oder wie die die anpflanzen oder wo die die herholen, aber wenn du Organik machst und guckst und ein bisschen mehr bezahlst, dann bist du halt auf der sichereren Seite. Auch drin im Schwarzkümmel. Der echte Schwarzkümmel, auch Nigella Sativa genannt, ist die Grundlage für das Öl. Nigella Sativa. Kümmel in den Mann, Alter. Gib mir die Kümmel-Vibes, Bro. Die wesentlichen Bestandteile des Schwarzkümmel-Öls bilden ungesättigte Fettsäuren und ätherische Öle. Thymochinon ist dabei der wirksamste Bestandteil dieser Stoffe. Es hat eine besondere Molekularstruktur, die es ihm ermöglicht, mit den Proteinen und Enzymen im Körper zu interagieren und bei mehreren wichtigen Prozessen eine Rolle zu spielen. Eine weitere Substanz ist das Saponin-Melantin. Ihm wird unter anderem eine sekretlösende und reinigende Wirkung nachgesagt. Saponin-Melantin-Melantin Doch damit nicht genug. Wird das Schwarzkümmelöl etwas länger gelagert, entwickeln sich Stoffe wie zum Beispiel Nigelon, Semiohopion. Oh shit. Dieser Inhaltsstoff ist in der Lage, Asthmatikern oder Menschen mit Keuchhusten Linderung zu verschaffen. Das ist krass. Außerdem enthält Schwarzkümmelöl noch Vitamin C, B1, B2, B6, Folsäure, Biotin, Beta-Carotin, also die Vorstufe zu Vitamin A, und Mineralstoffe wie Magnesium, Selen, Zink, Kupfer, Eisen und Natrium. Außerdem... Was für ein... Ey, Digga, das ist sehr heftig. ...fältes Aminosäuren, Valin, Lysin, Phenylalanin, Tyrosin, Arginin, Glycin, Serin und Asparagin. Schwarzkümmelöl behandelt Infektionen. Schwarzkümmelöl hat sich insbesondere bei Infektionen als effektiv erwiesen. Das wird daher, dass es zum einen... Das ist so wichtig, dass man guckt, dass man gute Dinge konsumiert, die einem auch wirklich was Gutes tun, so innerlich. Gesundheit, Ernährung wird bei mir auch im Alter jetzt gerade immer wichtiger. Also ich will wirklich gesund sein auf allen Ebenen. Und ich glaube, mit den Dingen, die du zu dir fühlst täglich, gerade was Ernährung angeht, kannst du einen Rieseneffekt darauf haben, wie du in Zukunft weiterlebst, mit welchen Krankheiten, Schmerzen etc. Und es ist leider so, dass jeder zweite Deutsche an Krebs erkrankt. Und das hat auch Gründe. Ich habe mir gestern das Video von Keanu Schrein gezogen. Die fünf häufigsten Ursachen für Krebs. Krass, Alter. Da war Alkohol dabei. Das war von der WHO auch. Alkohol, rotes Fleisch, Umilch, Wurst und noch irgendwas. ...antibakteriell, aber auch antiviral wirkt. Zucker. Genau, weißer Zucker. Von allen Superbakterien, die dieses kraftvolle Öl abtöten kann, ist das MRSA-Bakterium das Wichtigste. MRSA ist eine der drei gefährlichsten multiresistenten Krankenhauskeime, die jährlich mehr als 15.000 Menschenleben kosten. Krass, Digga. Nee, Tabak war nicht dabei. Tabak, Rauchen war nicht dabei. Ältere Bevölkerung ist besonders gefährdet, da sie in der Regel mit invasiven Eingriffen wie Operationen, intravenösen Schläuchen und künstlichen Gelenken in Verbindung gebracht wird. Vor allem aufgrund der geschwächten Immunität hat die wachsende Zahl älterer Menschen MRSA zu einem weltweiten Risiko für die öffentliche Gesundheit gemacht. Zum Glück kann eine der stärksten Vorteile von Schwarzkümmelöl helfen. Pakistanische Wissenschaftler untersuchten mehrere MRSA-Stämme und stellten fest, dass jeder von ihnen empfindlich auf das Öl reagierte, was beweist, dass Schwarzkümmelöl dazu beitragen kann, die unkontrollierte Ausbreitung von MRSA zu verlangsamen oder zu verhindern. Das ist doch faszinierend, Freunde, oder bin ich der Einzige, der das crazy findet? Schwarzkümmelöl verbessert die Fruchtbarkeit. Verbessert die Fruchtbarkeit? Mohammed hat es nicht umsonst gesagt, vertraut mir, meine lieben Freunde. Im Iran gilt Schwarzkümmelöl laut traditioneller Heilmedizin als Mittel gegen Unfruchtbarkeit. Den Nachweis, dass dieses alte Heilwissen richtig ist, haben iranische Forscher nun erbracht. So haben die Forscher in einer Studie herausgefunden und bewiesen, dass Schwarzkümmelöl von Nigella-Sativa-Samen die Spermien-Qualität von Männern signifikant verbessert. Uff! Sperm mit den Männern, Alter! Während der Studie nahmen 68 Probanden zweimal täglich eine Kapsel mit Schwarzkümmelöl ein. Das entspricht etwa einer Dosis von zwei Teelöffeln. Parallel bekam eine Kontrollgruppe Placebokapseln. Erfreulicherweise stellten die Forscher nach zwei Monaten fest, dass die Anzahl, die Form, das Volumen und die Beweglichkeit der Spermien der Schwarzkümmelöl-Gruppe um ein Vielfaches besser waren als die der Placebo-Gruppe. Crazy! Somit konnte die Verbesserung der Spermien-Qualität und Fruchtbarkeit aufgezeigt werden. Schwarzkümmelöl hilft bei der Bekämpfung von Krebs. Dank seiner potenten... Der Song Wukong sagt gerade, viele Pflanzen sind krass leer. Und wenn du einmal im Thema drin bist, dann siehst du, wie krass Pflanzen eigentlich sind. Heftig! Nicht nur Pflanzen, auch zum Beispiel Seamoss. Da können wir uns gerne auch mal ein Video dazu reinziehen. Wenn es eventuell eins auf Deutsch gibt, weiß ich nicht. Das ist im deutschsprachigen Raum kaum verbreitet. Als ich das erste Mal hier im Stream darüber geredet habe, wussten die meisten Leute nicht, von was ich rede. Aber das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die so powerful ist. Das hat 105 Mineralien oder so in sich und wir tragen als Menschen 120 in uns. Also da alleine merkst du schon, okay, crazy, das hat einen heftigen Effekt auf unseren Körper und unsere Gesundheit. Also man sollte sich definitiv mit dem Thema Gesundheit auseinandersetzen. Und deswegen finde ich es auch geil, dass wir uns immer mal wieder solche Videos angucken und das ein bisschen verbreiten, weißt du? Und deren Pflanzenstoffe und seine antioxidativen Eigenschaften kann Schwarzkümmelöl nachweislich bei der natürlichen Behandlung von Krebs helfen. Wow. Wissenschaftler untersuchten die Antitumor... Algen sind Pflanzen. Stimmt. ...Aktivität von Thymorchinon und Thymorhydrohinon und fanden heraus, dass diese beiden im Schwarzkümmelöl enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe zu einem Rückgang der Tumorzellen um 52% führten. Krass. In-vitro-Forschungen der letzten Jahre haben außerdem gezeigt, dass Thymorchinon, der am häufigsten vorkommende bioaktive Bestandteil des Schwarzkümmelöls, seine Antikrebswirkungen auf unterschiedliche Weise ausfaltet. Bei Darmkrebs führt... Thymorchinon. Thymorchinon zu einem Rückgang des Tumorvolumens. Bei Leberkrebs wirkt es wachstumshemmend auf die Krebszellen. Das sind jetzt Sachen, die aus dem Kümmelöl sind. Macht das einen Unterschied, wenn man die Samen direkt konsumiert? Macht das irgendeinen Unterschied? Weiß das einer von euch? Während es bei Bauchspeicheldrüsenkrebs die Lebensfähigkeit der Krebszellen reduziert. Irgendwie finde ich Thymorchinon witzig. Bei Leukämiezellen Brustkrebs Thymorchinon und Tinten, Alter, gib mir die Thymorchin-Vibes, Bro. ... und Gehirntumorzellen trägt es dazu bei, den programmierten Zelltod auszulösen. Kapseln sind höher dosiert, okay. Kapseln bin ich halt immer skeptisch so. Ich versuche so natural wie möglich zu konsumieren, weißt du? Schwarz-Kümmelöl bekämpft Diabetes. Aktuelle Studien haben die Wirkung des Öls auf kardiometabolische Risikofaktoren bei Typ 2 Diabetes. Eigentlich gleich, wird ja nur weiterverarbeitet, das Öl. Ja. Ja, 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 ja. Es ist mehr verarbeitet am Ende, ne? Ich glaube, Kerne ist am naturalsten. ... untersucht und konnte... Einer sagt, ja, Samen direkt hat krasser, weil alles noch drin ist. Öl ist halt konzentriert bei den Samen, musst du mehr essen, um die Menge an Öl zu erreichen. Okay, verstehe. ... den therapeutischen Nutzen erneut bestätigen. Die Forscher haben in ihrer randomisierten, doppelblinden und placebo-kontrollierten klinischen Studie die Effekte von Schwarz-Kümmelöl auf kardiometabolische Risikofaktoren, also den Cholesterinwert, den Taillenumfang, den Body Mass Index, den Blutdruck und die Blutzuckerwerte untersucht. Dazu erhielten die Probanden acht Wochen lang zwei 500 Milligramm Weichgel-Kapseln pro Tag. Die Forscher und Forscherinnen konnten zeigen, dass die Teilnehmer der Versuchsgruppe im Vergleich zu der Placebo-Gruppe einen signifikant verringerten, nüchternen Blutzucker hatten, ein reduziertes Gesamtcholesterin und LDL-Cholesterin, einen verringerten BMI, Taillenumfang und systolischen und diastolischen Blutdruck hatten. Kräftig, ja. Laut der Studie verbessert der Schwarz-Kümmel die Glucose-Toleranz genauso effizient wie Metformin, zeigt dabei aber keine signifikanten Nebens. Das alles ist ein Produkt. Weißt du, wie ich meine? Das ist eine Sache. Was? Was? Weißt du, was ich meine? Das ist doch crazy. Das ist großer Bedeutung, denn Metformin, eines der am häufigsten verschriebenen Medikamente gegen Typ-2-Diabetes, kann eine ganze Reihe von Nebenwirkungen verursachen. Schwarzkümmelöl gleicht den Cholesterinspiegel aus und schützt das Herz. Das Öl wurde auf seine potenzielle Wirksamkeit bei einer Senkung des Blutdrucks und des Cholesterinspiegels untersucht. Denn ein hoher Blutdruck und hoher Cholesterinspiegel stellen wichtige Risikofaktoren für eine gute Herzgesundheit dar. Gemäß einer Auswertung von zwei Studien, in der die Einnahme von 2-3 Gramm Schwarzkümmelöl in Kapselform pro Tag für 8-10 Wochen durchgeführt wurde, konnte nachgewiesen werden, dass Schwarzkümmelpräparate zur Senkung des Gesamtcholesterins, des LDL-Cholesterin und der Triglyceride beitragen. Darüber hinaus kann Schwarzkümmelöl auch das Herz schützen, nicht nur indem es den Blutdruck senkt, sondern auch durch seine positive Wirkung auf den Lipidspiegel im Blut. Auf diese Weise wird verhindert, dass sich Lipide in den Blutgefäßen ansammeln und dort aushärten. Basierend auf den verfügbaren wissenschaftlichen Belegen kann Schwarzkümmel das Herz schützen, indem es überschüssige Flüssigkeit aus dem System spült, die Flucht- oder Kampfreaktion des Körpers mildert, die Ausschüttung von Stickoxiden, die zu einer Entspannung der Blutgefäßen führen, fördert, den Lipidspiegel im Blut senkt und antioxidativ wirkt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Schwarzkümmel sowohl den Cholesterinspiegel als auch den Blutzuckerspiegel sowie den Blutdruck senken kann. Schwarzkümmelöl stärkt das Immunsystem. Zahlreiche Zellstudien bestätigen die immunstärkende Eigenschaften von Thymorchinon, dem wichtigsten Inhaltsstoff im Schwarzkümmel. Thymorchinon, na man? Die Wirkung auf das Immunsystem ist sehr umfassend, denn die Immunzellaktivität wird gestärkt und es werden mehr Antikörper gebildet. Schwarzkümmel wirkt hierbei auf vielen verschiedenen Ebenen. Es stärkt zum Beispiel antioxidative Enzyme in der Leber wie zum Beispiel Glutathion. Es schützt verschiedene Gewebe vor oxidativen Schäden, beispielsweise im Magen, der Leber, den Nieren und den Blutgefäßen. Es senkt den Homozysteinspiegel, was die Gefahr von Gefäßverengungen und die Entstehung von... Man lernt hier, mein Lieben, Freund, ja, Homozysteinspiegel, noch nie gehört. Die Birdie-Vibes sind hier wieder am Start. Birdie! ...fördert es die Aktivität der natürlichen Killerzellen des Körpers, also von weißen Blutkörperchen, die Viren im Körper aufspüren und unschädlich machen. Da das Schwarzkümmelöl die Anzahl dieser natürlichen Killerzellen erhöht, trägt es zur Stärkung der Abwehrkräfte bei und erhöht den Schutz vor Grippe, Erkältung und sogar Viren wie Hepatitis C. Schwarzkümmelöl lindert Gelenkschmerzen. Bereits in den 1960er Jahren wurde die entzündungshändende Eigenschaft von Schwarzkümmel sowie die Wirkung bei Rheuma und entzündlichen Erkrankungen von einer Gruppe von Wissenschaftlern der pharmazeutischen Abteilung des Keins Körpers. Digga, also was gibt's denn noch hier alles, Alter, Gelenkschmerzen auch mit dabei, steigert die Potenz, Antikrebs, Antidiabetes, Broth. ...in London erforscht. Sie testeten Schwarzkümmelöl als Entzündungshemmer und entdeckten dabei, dass es antioxidativ wirkt und bestimmte kurzlebige Gewebshormone hemmt, die Entzündungen hervorrufen. Die in dem Öl enthaltenen Antioxidantien verlangsamten den Knorpelverschleiß im Körper. Diese hemmende Wirkung brachte die Forscher auf die Idee, dass die pharmakologischen Eigenschaften von Schwarzkümmel Das Ding ist auch, wenn du ein paar richtig geile Supplements hast, ne, Schwarzkümmel, ja, das ist ja kein richtiges Supplement, das sind ja eigentlich Samen, die ich konsumiere, das hat ja eigentlich nicht viel mit Supplements zu tun, aber Seamoss eigentlich auch nicht, es kommt direkt aus dem Meer, also du brauchst auch diese ganzen Tabletten da nicht mehr fressen. Ich hab halt früher auch ganz viele Tabletten gefressen, um irgendwelche Mikronährstoffe und Nährstoffe generell aufzunehmen, aber wenn du die richtigen Pflanzen und die richtigen, ja, Pflanzen eigentlich überwiegend konsumierst, so, dann brauchst du auch diese ganzen Kapseln nicht mehr, die reinzuziehen, so, weißt du, und ich glaube, es ist halt geil, so natural wie möglich sich diese Dinge zu geben und so unverarbeitet wie möglich auch so, weißt du. Morgensteifigkeit, na man? Forscher fanden heraus, dass sich Schwarzkümmelöl positiv auf die Werte bestimmter Entzündungsmarker im Blut auswirkt, die in einem Zusammenhang mit der Erkrankung stehen, zum Beispiel C-reaktives Protein. Schwarzkümmelöl kann also unterstützend zur Behandlung Rheumatoider Arthritis eingesetzt werden. Bei der Auswahl des richtigen Schwarzkümmelöls gibt es wichtige Kriterien zu beachten. Es können schlechte Zusatzstoffe oder Quellen aus billigen Verfahren gewonnen werden, die du besser nicht zu dir nehmen solltest. So, hau die Kerne rein, Digga, sage ich euch ehrlich, ich glaube, das ist die beste Variante. Beim Kauf von Schwarzkümmelöl ist unbedingt auf eine gute und hochwertige Qualität zu achten. Es empfiehlt sich, ein kaltgepresstes Bio-Schwarzkümmelöl zu kaufen. Die Kaltpressung stellt ein schonendes und hochwertiges Verfahren dar, bei dem die Inhaltsstoffe bestmöglich erhalten bleiben und nicht durch höhere Temperaturen geschädigt werden. Am einfachsten ist die Einnahme als Kapsel. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Inhaltsstoffe keine Farbstoffe oder Trennmittel oder andere Zusatzstoffe enthalten, denn diese sind hier unnötig. Der einzige Zusatzstoff, der wirklich gut ist, ist Vitamin E, da es sich um ein Antioxidant und natürliches Konservierungsmittel handelt, das die ungesättigten Fettsäuren im Öl vor oxidativen Prozessen schützt. Ich werde dir wie immer meine persönliche Empfehlung unter dem Video verlinken, damit du weißt, worauf du achten solltest. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Dein Wissen Definitiv, mein Jutster. Fire ich hart. Schwarz Kümmel it in, man. Finde ich geil, dass einer das auch in den Discord reingecheckt hat, nachdem er gesehen hat, dass ich selber Schwarz Kümmelsamen konsumiere. So läuft die Community. Das liebe ich. Und es ist geil, immer mal wieder solche gesundheitsaufklärenden Videos in den Discord reinzuhauen, weil es halt einfach auch wichtig ist, weil wie wir vorhin schon gesagt haben, jeder Zweite leider in Deutschland wird an Krebs erkranken und das ist eine Entwicklung, die ich nicht nice finde. Und als ich das auch gesehen habe, da war ich mir auch wieder bewusst, wie wichtig für mich die Entscheidung war, auch vegan zu werden und mich mit diesen ganzen Sachen auseinanderzusetzen, weil ich glaube halt einfach, dass die meisten Krankheiten gerade in der westlichen Welt davon kommen, dass wir viel zu viel Kuhmilch, viel zu viel rotes Fleisch und viel zu viel Müll konsumieren. Deswegen beschäftigt euch mit dem Thema Ernährung. Bewusstes Sein auf allen Ebenen ist das Wichtigste, ist der Key. Ich liebe euch. Video Daumen nach oben dalassen, Kommentarchen schreiben und den Kanal abonnieren. Bis dahin. Peace.